Bist du bereit, deinen Beitrag zu einer Gesellschaft, in der Zusammenhalt möglich ist, zu tun, zu geben? Dann heile deine Wunden. In diesem Channeling von Jesus erfährst du, wie du deine Heilung jeden Tag mitgestalten kannst. Ich bin Jesus, geliebte Menschenseele. Ich schaue voller Liebe auf dich und sehe, wie wir dir die derzeitigen Geschehnisse tun. Es ist ein Schmerz, der dich fast zerreißt. Und dieser Schmerz geht durch die Gesellschaft. Es ist ein Schmerz, der durch die Neuausrichtung verursacht wird. War es in der Vergangenheit möglich, sich eine Kunstwelt aufzubauen? Aus seinen Gedanken geformt durch dein Ego. So ist dies für viele nicht mehr möglich. Sie spüren den Riss in ihrer Membran, ihres Solaplexus. Diese Verletzungen sind sehr stark. Sie verursachen extreme Gefühle. Und wenn sie nicht geheilt sind, neigt man, zwischen den Stühlen zu stehen oder sogar in ein Extrem zu verfallen. Das heißt, auf die eine oder andere Seite zu fallen. Denn dies ist einfach nicht gesund. Deshalb benutze ich das Wort fallen. Trotz aller hohen Energien fällt deine eigene Frequenz, wenn du diese Verletzungen nicht heilst. Atme das Licht der Sonne, so oft es geht, in dein Solaplexus. Und bete, bete um Heilung, damit das Licht diese Risse in deinem Solaplexus repariert. Diese Risse sind entstanden durch zu wenig Rückhalt in der Familie, aber auch zu wenig Rückhalt in der Gesellschaft. Und du hast dich abgesondert. Doch die Gesellschaft ist auch du. Du bist ein Teil der Gesellschaft. Und die Gesellschaft kann nur heilen durch Zusammenhalt. Und du kannst nur heilen, wenn du beginnst, dich wertvoll zu fühlen und es wert zu schätzen, dich selbst zu heilen. Du wirst erkennen, wenn die Risse in deiner Schutzmembran geheilt sind. Du wirst es erkennen, weil du dann die Botschaften auf der Seelenebene deiner Nachbarn, deiner Bekannten, deiner Verwandten und natürlich auch deiner engsten Familie, ganz wichtig, wirst du die Seelenbotschaften hinter allem, was sie dir zeigen, erkennen. Und so bist du nicht nur ein Licht, sondern ein heilendes Licht. Hier auf der Erde, uns kannst du selbst zum Botschafter des Lichtes werden. Damit du die Geborgenheit und den Schutz für deine Übungen in nächster Zeit erfährst, und lege um dein Haus eine regenbogenfarbene Schutzkugel. Visualisiere, wie um dein Haus, um deinen Garten oder um deine Wohnung, auch um deinen Balkon, eine regenbogenfarbene Schutzkugel, Gottes Segen, Gottes Heilung für dich und deine Familie nähert. Diese Schutzkugel bleibt immer so lange bestehen, bis du sie wieder erneuerst und am Anfang wäre es gut, sie jeden Tag zu erneuern. Du spürst, wenn sie länger bestehen bleibt. Und in dieser Geborgenheit kümmer dich um dich. Der Riss in dir geht durch die Gesellschaft. Und wenn dieser Riss geheilt wird, in dir und vielen anderen Menschen, wie soll dann noch ein Riss durch die Gesellschaft gehen? Die Gesellschaft braucht dein Licht. Die Gesellschaft braucht Heilung. Die Gesellschaft braucht Zusammenhalt. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und verabschiede mich mit einem Gruß von Seele zu Seele. Dein Jesus Ich danke dir, dass du dieser wundervollen Botschaft von Jesus beigewohnt hast. Und für alle, die noch ein bisschen mehr für ihr Solaplexus tun möchten, ich verlinke unter diesem Video eine Lektion aus meinem Chakren-Seminar. Das ist die Lektion für Solaplexus. Wunderbar, die habe ich heute auch schon gemacht. Und wer mehr tun möchte, also die Chakren heilen, ist eigentlich eine Grundvoraussetzung für unseren heilenden, spirituellen Weg, auf dem Weg, selber Licht zu sein. Bis zum nächsten Video. Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia Deine Claudia